Also ich habe auch als Solospieler oder bei Solo-Runden versichere ich trotzdem mit, weil einfach auch diese dummen Zufälle, ein ganz normaler Scaf gibt dir im One-Tap, du kämpfst jetzt in der Quest gegen Raider, so bloß weil du jetzt gegen Raider stirbst, heißt es nicht, dass da auch nochmal wer langkommt oder dass der die Raider überlebt und die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu hoch, dass Sachen zurückkommen und meistens bist du auch froh, wenn etwas davon zurückkommt. Meistens sind es Anbauteile, die Waffe kriegst du wenigstens wieder, er hat nicht alles mitgenommen oder dass es Ausrüstungsgegenteile sein, deine Weste kriegst du wieder, wieder 40.000 Rubel gespart, die du im Endeffekt dann einfach so wiederkriegst. Meine Masken zum Beispiel, ich glaube es ist noch nicht einmal vorgekommen, dass ich keine Maske zurückgekriegt habe. Meine Maske zurückgekriegst du wenigstens wiederkriegst du wenigstens wiederkriegst. Ich glaube es ist schon wiederkriegst du wenigstens wiederkriegst. Ich habe es noch nicht genug, aber es ist nur die Maske zurückgekriegt wie wenn du fast etwas zurückkriegst. Ich habe es nicht genug, ich habe es nur am Endeffektion, sondern ich habe nicht genug, es ist zu haben, sprach es zu haben. Mit dem die Maske zurückgekriegst du viel? Ich habe es nur noch niemals die Maske zurückgekriegst du wenigstens wiederkriegst des Philosoph computer-ive Klasen. Das war's. Okay. Von wo? I'm still camping. Okay, alles klar. I'm still camping. I'm still camping. Der scheint wieder abzuhauen. Okay. 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 Ahhhh! So, jetzt habe ich das. 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 So, jetzt habe ich das schon gehört. So, jetzt habe ich das. 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 Thank you. Happy Pleads. Huh. Jetzt kommt die. Die, die sich das Zeug abholen wollen. Kommt der von hinten? Wasser. Klai. 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 Hat Rucksack gedrofft. Klai. 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 ich hab den blick nach oben ich hab auf jeden fall glas da oben gehört ich weiß leider nicht wo der glas ist holen wir so ein goss check ich hab einen, schwere blutung ich cover, war da noch einer? nein, ich glaub da waren leichen ich komm kurz zurück bleib da und cover alter, was ist los mit dir? aber trotzdem wird er immer einen Blick nach hinten haben vorsicht hier rechts, nicht dass der da ist holen wir es wer ja, er ist da hinten, wie ich gesagt hab ich hab leider keine nades dabei ich hab leider keine nades dabei er ist hier rechts, vorne rechts soll ich reinschmeißen? shotgun, glaub ich seid ja alle draußen fuck ich muss die Missile des Todes ich hab ne grenade ja, in den Raum da hinten rein rein, scheiße oh, schlecht ich hab noch ne heavy bleeding da ist einer tot drin ja, das könnte er sein rennst du? ne 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 wer rennt hier? ich glaube die wo hör ich das? ich blute, ich blute aus hier gleich ja dann heal ja hat jemand den Gang im Blick? ah ok gesehen ich guck nach rechts, wo wir her kamen mhm ich hör hinter uns glaub ich was ja, da ist noch einer, der kommt von der anderen Richtung handeln handeln, scuff oh my god ich hol noch eben schnell, mein Arm wieder der Arm ist so gut wie Schrott, also Reset wär ganz cool glaub ich ja wir können gleich erstmal die ganzen Raider looten ich muss, liegen hier zu den Raider, oder? ja ja, der Typ, den ich erschossen hab, den muss ich gleich noch dingsen und danach sind hier Raider ok die scheinen noch nicht gelootet zu sein oh, ein Fuel Tank jawoll mit raus diese eine Box hat grad mein Rucksack fast ausgefüllt oder, sind das hier Raider? ne das sind doch, das hier sind Raider du bist jetzt noch vorne komm jetzt ja gerne ich bin hier vorne ich hau mich hier kurz hin wegen dem Spieler oh schön ich bin hier zu dir mit gebührendem Abstand ich bin hier zu dir komm ich bin hier zu dir das direkte parlamentar ist kaprikt ich bin hier zwar nicht der League glaube, ich bin hier zu ich bin hier zu dir dein Problem Warte, lass mal ganz kurz, stopp, stopp, warte, warte. Ja, die haben den Exfilter genommen. Haben die hier gelootet oder sind die einfach wirklich nur raus? Ja, die haben gelootet. So, so meine Freunde. Jetzt sind wir da, an dem Punkt angekommen, an dem mein Kaffee leer ist. Das heißt, sowieso erstmal werde ich mir einen frischen Kaffee holen.